... gesagt hat, dass ich den eigentlich flippen muss, so wie er es hier auch wieder macht. Noch nicht zu Ende. Das war wieder so ein typischer Ball. Was ist denn das? Da macht der quasi seine Arme aus. Und dann lässt er sich auch zurechtfeiern. Ja, klar. Das ist auch, das kann er, der kann alles. Der kann Ballonabwehr, der kann Schnittabwehr, der kann den Jobblock. Er hat eine unglaubliche Vorhand, dann schießt er den jetzt gleich dagegen. Also da muss man schon sehr viel Kraft auch mitbringen, um so einen Ball von der Entfernung da gegen zu schießen. Zack! Mega, auch noch mal zu sehen. Aus dieser Kameraperspektive, das war eigentlich die beste...